Was soll das heißen? Sie können Vegeler nicht ver- Naaaahhhhhh! Der Laufweiler! Frisst das du Hurensohn? Ich werd dich fertig machen! Frau Junge? Ja? Bringen Sie das bitte Herrn Bohrmann. Es ist dringend. Was Schlimmes? Bitteschön, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Ich bin willkommen von Böring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarratzen. Ein paar Wende, der Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftmache! Was hat er da was gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Nein, dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten. Möchte, dass Sie den Krieg nicht überstehen, dass der Herr Stalin nicht seinen Dank eröffnet. Sie geht auf den Weg! Für die Arbeit Salah! Für die Unterrichtung! Für die Willen! Für die Hand und die Intelligenz! Für die Unterrichtung! Vielen Dank.